Wasserspielgeräte sind etwas Großartiges für Kinder. Ich denke ein Wasserhahn und ein Haufen Sand wäre im Grunde schon eigentlich ein hervorragender Spielplatz, wo man gar nicht mehr viel mehr braucht, weil es einfach so vielfältige Möglichkeiten eröffnet zum Spiel. Mit unseren Wasserspielgeräten versuchen wir einfach auch bei den Kindern die Interaktion zu fördern. Gemeinsam Dinge zu tun. Man braucht ein Kind, das pumpt das andere, was unten vielleicht die Klappe zumacht, ein weiteres, was den Kanal gräbt. Also das ist ganz deutlich im Wasserspiel zu erkennen, dass Kinder einfach da zusammen spielen und viel, viel Freude haben.